Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Street Fighter 6 Video und zwar zum Arcade Run von Cammy White. Und wie ihr hier schon seht, die Katze steht schon bereit bei Cammy. Ich habe leider noch nicht das andere Outfit, sonst hätte ich da mit der Kallen nicht gespielt. Okay, dann wollen wir mal gucken, wie wir uns hier schlagen werden. Oh, wir hören sogar Juni sogar. Das ist ja Wahnsinn. Oh, wir hören uns hier schon mal. Du manchmal bist du so fokussiert auf deine Arbeit, dass du vergessen, wie ich essen, nachher alles. Es ist alles gut. Ich bin nicht wie ich damals war. Ich habe Leute, die mich jetzt nachher schauen. Was ist das? Warum bist du lachen? Oh, es ist nichts. Du erinnerst du den Charme, die ich dir gegeben habe? Es ist immer noch aus deinem Telefon, nicht wahr? Ich habe es nur gesehen und musste es riechen. Es ist, in Ordnung. Ich bin eher gefühlt. Ich danke dir. Auf jeden Fall, mit deinem Arbeit. Uni sagt, dass ich mich überraschend bin. Aber ehrlich gesagt, ich kann nicht glauben, dass Shadaloo wirklich verabschiedet wurde. Ja, die müssen langsam einen anderen Platz im Leben finden. Das braucht eine weitere Anfassung. Ah, da sind wir. Uh. Aber echt interessanter, interessanter Style, den sie mir gegeben haben. Ja, du vers markiert. Ja, du vers markiert dass ich hier um fajer und nicht zum minde. Ablehaben Ja, das machen wir noch noch, weil man hier wieder Eicit. Ich finde, natürlich auch nicht 해uck syndrome, wenn man Menschen sieht, ist es selbst noch immer erachtelt. Tainn rede mir wichtig. Ja, du versbeistめて ja. Oh Die und Drive Smasher Oh 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 Okay sehr schön Und tritt den Kameramann weg. Wenn ich auf eine Mission bin, ist ein ruhiger Geist einfach keine Option für mich. Immer on busy, die Cammy. Mah! Heimat! Böse gucken. Böse gucken. Das muss ja nicht sein, aber machen wir es. Katze. Na, ne, 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 so. Ja, finished! Das sagt sie immer noch. Obwohl sie dir das Genick nicht mehr bricht. Also, okay, top. Genick. Also, sie macht ja eher den... Bei Street Fighter 4 hat sie das ja gemacht. Wenn du heute warst du... Ah ja, das kennen wir schon. Hä? Was ist mit dir? Will? Obwohl. An der Zeit. Sollte gleiten. Wollt. Das war's. Oh Oh, das war böse Oh, das ist böse gewesen Das war gut Kampferteil für mich tut es so, aber jetzt beginne ich etwas anders zu gehen Ja, durch Ryu werden wir alle bekehrt Hm, ein Truck Das war doch was Hey, Zangief Zangief Mixer Oh shit Ja, das ist dumm Das ist dumm, was ich mache Nee, das klappt nicht Haha, am Arsch Oh shit Oh,安全 der und ja 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 Oh, brechen wir ihn! Uuuuhh! Alter, so brutal die Cammy hier, in jeder Hinsicht. Kimberley! Hallo! Beginning operation. You call my answer! Round one! Fight! Set the fire! Fire! Hit! 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 Aiming! Fire! Hit! 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 Oh, fuck! Fuck! Fire! 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 Here we go! Fire! Driver drive! Smash up! No problems! Got to press on! Round two! Fight! Fire! There! Funny fast drive! Yeah! This is way too fun! It's way too hard, your Philippines has to be done! Yeah! You can too! Aiming! Fire! Fire! Here we go! You're digging! i can jump! And here we go! Hit! In that aim again! I'm gonna do it! Haaah! Kammy! Baby! Fast Gate mit ihr Woh! Marisa Hmm Beginning Operation Give me our best shot Yes 1 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Da hätte ich keine X gebraucht Oh, das war gut So safe der Scheiß Let's go, baby, brechen wir dich Ja okay, das war fix Ja, ich hab, wie gesagt, ich hab mir Cammy noch nie so zu Herzen genommen Wie Judy Aber mein Fokus auf Judy liegt nicht unbedingt auf Cammy Was ich eigentlich machen sollte Okay, Typ, Alter Wenn du mir nochmal diesen schwarzen Ball wirst, Alter Dann gibt's aber was Okay, ich hab, wie gesagt, ich hab, wie gesagt, ich hab, wie gesagt, ich habe Two, three Four, five Six Seven, nine Ten Kompliet? Ja, das, äh, den schwarzen Ball, auf den habe ich bewartet. Jamaica, baby. Okay, come on. Bleh. Bring the heat? Du? Oh, das war gut. Uh-oh. Get back, baby! Ah, nichts Personal. Nope. Und jetzt geht's. naja kann mir noch nicht so unter control ich habe es nicht geschafft verdammt ich meine Dann geht's. Das war's für mich. Dial-Drive-Smash-Rababy! Das war dumm! Das kann ich viel besser! Das ist gut! Das war 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 gut! Das hätte ich machen können! Perfekt! Parry! Naja! Naja! Okay! Oh! Nochmal die Sage! Also Jamie und Chandy haben die! Okay! Let's go! Das war gut! Ciao! Schau! Drive Smasher! Okay! Let's go! Wow! Mal gucken! Round 2, Fight! Counter-Hit! Huch, ich habe nicht einmal auf Level 3 gebaut. Wollen wir mal auf Level 3 bauen? Okay, dann versuche ich das mal, dass wir zumindest einmal hier den Level 3 haben. Die Nischellen. Kann ich mir hilflich sein? Nein. Du erzählst mir, was du wissen. Ich benutze Force, wenn ich muss. Okay, los geht's! An honor to be shown. Round 1, Fight! Die Nischellen. Wie oft ist die Nischung? Die Nischung. Die Nischung. Wie oft ist die Nischung? Die Nischung. Ich will jetzt unbedingt Level 3 aufbauen, deswegen versuche ich hier nichts extravagantes. Das ist ein Konter, wie fies ist das denn? Ich hätte es beenden können! Oh ja! Scheiße, ich habe es schon wieder verpackt! Das ist ein scheiß Griff, ach come on! Tja, Diodrive Smasher kein Level 3 Leute, sorry! Ach, hoffentlich dann in Fight Nights Zeit zu reden, Cello ist nicht mehr. Also was zum Teufel, Trost und Schäde. Wer war dieser Mann? Er hat mich entfernt, aber ich sicher weiß etwas. Ich habe keine Antwort gefunden, aber mehr Dinge jetzt kreieren sich um mich. Ich frage mich, ob ich wirklich ein Ende zu tun kann. Nein, du bist richtig. Natürlich kann ich es. Entschuldige mich, ich habe mich verloren verloren. Danke. Diesen Kampf ist nicht nur meine alleine. Er gehört zu uns allen. Und ich werde für alle unsere Worte gelaufen. Okay, meine Damen und Herren, dann gucken wir uns noch an, was wir hier noch haben. Thanks for playing. Jo. Congratulations. Ah, Street Fighter 5. Äh, neues Ken. Hardwork. Okay. Special Hardwork, Jiro Tsuda. Okay. Interessant. Interessantes Hardwork. Ja, ist klar Leute. Dead Ass, Leute. Rock and Jelly Bean. Okay. Bengals. Auch wieder für Street Fighter 5. Ah, ich glaube das ist für Capcom vs. SNK-1, glaube ich. Oder für ein anderes. Ich weiß es nicht, aber ich kenne dieses Artwork. Beziehungsweise den Stil. Super School Fighter. Ah ja. Kinomishimura. Kinomishimura. Ja, sehr, sehr geiles Bild, ja. Bengals. Ja, Bengals ist sehr wandelbar, was das angeht. Ah, Puzzle Fighter. Das ist das Arcade-Poster für Super Puzzle Fighter 2. Ah, erstes Artwork von Rio für Street Fighter 5, ja. Ah, Dalsim. Ja, also Tournament Battle von Bengals. Ja, der war schon sehr früh dabei. Okay, meine Damen und Herren, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst da unten ein Like da und ein Kommentar. Und wenn euch nicht nur mein Street Fighter Zeug gefällt, dann lasst ein Abo da und ringelt dann die Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst. Und ja, wir sehen uns wieder dort, wo der Kampf am meisten schmerzt. Und zwar auf der Straße. Bye, bye. Ah ja, und ich bin die Kate, das war Game Street 5. Hahaha.